Also, wir überleben hier hart am Limit, wie ihr seht. Auch mal rausgehen, auch mal selber was machen. Leben in der Lage, Leute. Ja, ich glaub das muss so. Sieht gut aus. So, das Feuer brennt, ein paar Kerzen erhellen. Hey Leute, ich bin's Fritz und es ist wieder Zeit für ein kleines 24 Stunden Biwak. Niklas ist auch mit am Start. Und wir haben schon ein paar Höhenmeter hinter uns. Aber auch noch ein paar Höhenmeter vor uns. Und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem Abenteuer. Schön, die Sonne kommt so ein bisschen raus. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dahinter ist der Wald. Oh, hier, was ist denn los? Sturmschaden oder was? Und es nimmt kein Ende. So, die ersten Schweißperlen sind schon auf der Stirn. Aber wir nähern uns langsam unserem Ziel. So, hier gibt's schon mal einen ganz kleinen, leichten Ausblick. Und hinten scheinen ein paar Felsen durch. Aber wir müssen noch ein bisschen. Die haben den Hängematten-Spot getötet. Nee. Doch, guck. Die ist abgesägt. Na geil, Leute. Oh mein Gott. Schaut mal, hier stand vor einiger Zeit noch eine Birke. Und da konnte man halt einen richtig geilen doppelten Hängematten-Spot machen. Von da nach da. Die ist aber weg. Weil wir wollten eigentlich hier oben pennen. Mit diesem geilen Ausblick. Das geht jetzt nicht mehr. Leben in der Lage, erstmal was trinken. Und dann überlegen, wie wir hier aus der Situation wieder clever rauskommen. Scheiße. So, wir haben uns gerade noch ein bisschen umgeguckt. Ein bisschen gescoutet, was es so in der Nähe gibt. Und wir haben da was Schönes gefunden. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. Und ihr seht sofort den finalen Spot. So, guckt euch mal diesen Spot da an. Der sieht ganz nice aus. Hier hat man schön eine kleine, natürliche Überdachung. Mit einer schönen Lagerstelle in der Mitte. Gleichzeitig einen herrlichen Blick in die Natur. Und vor allem ist hier die Sonne. Das heißt, sie geht vermutlich hier irgendwo unter. Und man hat noch schön Licht bis nachher. Und wir wollen ja dieses Mal mit Hängematten schlafen. Mal gucken. Hier ist ein Baum, da ist ein Baum. Hier könnte man was querspannen. Wir werden hier so ein bisschen improvisieren. Und als allererstes erstmal das Lager aufbauen. So, Z-Light brauchen wir dafür. Schöne, gemütliche Sitz-Action. Also starten wir als allererstes mit der Platzwahl für die Hängematte. Also, meine Idee ist, das jetzt als Ankerpunkt zu nehmen. Und dann müssen wir hier drüben einen Ankerpunkt hinkriegen. Und ich möchte jetzt einen langen Stock suchen, der genau hier durchgeht. Und sich dann so ein bisschen im Fels verkeilt. Dann könnte man da einen Ankerpunkt draufsetzen. Das heißt, ich gehe erstmal auf die Suche nach einem kleinen Stöckchen, Stamm, whatever. Den würde ich sagen. Wie lange braucht man den? So lang? Die Hälfte davon noch ist es. Aber das macht ja nichts, wenn wir den mitnehmen. Aber so, oder? Leben in der Lage, Leute. Das hält, meinst du? Das hält, ja. Aber die Kraft geht doch nach. Guck mal, geht der hier runter. Kann so nicht weiter runterrutschen, theoretisch. Trau dem Glanz noch nicht. Also Niklas meint, das hält. Aber so, wenn ich falle, falle ich nicht allzu weit. Ich roll dann nur ein bisschen runter. Na, ob das was wird hier. Ja, passt. Komm. Na, mal gucken, bauen wir auf. Gespannt wie ein Klipptebogen. So, warte. Setz dich mal rein und ich filme mal die Ecke hier. Also hier hält gar nichts. Gut, also den können wir komplett vergessen, weil der ganze Wurzelteller hochgeht. Ja, müssen wir wieder neu improvisieren. So, und von da soll ja hier auch noch eine rüber gehen. Das heißt, wir, ja, als German, ähm. German Engineering. German Engineering machen jetzt von dem Baum nochmal eine Schnur zu einem festen Baum da hinten, damit der nicht hochgezogen wird. Also quasi spannen wir jetzt eine Rope von da nach da. Es ist wieder nur ein Klumpen Scheiße hier, ey. Ganz große Kaka. Ne, das läuft schon wieder, das läuft bei uns hier. Ja, hinterm Ohr hängen geblieben, der Kack hier. Ey, ne, du bist doch dumm, oder? Jetzt hat er das andere Ende losgelassen. Ich hab gesagt, wir müssen es festbinden. Ja, warum machst du es dann nicht? Weil jetzt muss ich hier hochklettern, ey. Kann man gleichzeitig auch als Wäscheleine nutzen, würde ich sagen. Dann probier doch mal. Die große Frage ist, wenn wir jetzt hier die zweite Hängematte machen, ob der Baum dann nicht in die Richtung abhebt. Abbruch, Abbruch. Wir gehen wieder zum Auto, fahren ins Vier-Sterne-Hotel und lassen uns massieren. Das war doch nichts, oder? Ach, ich schlaf gleich auf dem Boden, ey. Ich hab nicht meine ISO-Matte mit. Geil ist auch, dass man richtig schön oben ein Fels hat, wo dann die Steinbrocken einem ins Gesicht fallen nachts. Wenn ich mich andersrum hinlege, dann kracht der große Fels in meine Schnauze. Und jetzt noch eine zweite Hängematte an den kleinen Puppelstamm hier hinten ran. Boah, ne, ich glaub ich muss andersrum schlafen, ey. Fällt mir auch was ins Gesicht heute Nacht. In so einer Hängematte ist halt normalerweise auch Helmpflicht. Ja, also ausblickmäßig kann man das sich hier schon gut gehen lassen. Ist schon nicht schlecht. Wenn's denn hält. Bin mir noch nicht so sicher, wie ich das hier mache, weil das hier die ideale Länge ist. So, Niklas, seine Konstruktion steht jetzt auch. Sind hier beide an dem Ding fest. Das sieht auf jeden Fall nach sehr spannenden Knoten aus, die Niklas hier entwickelt hat. Dort drüben werden wir an dieser Sehne hier nur noch gehalten. Ich sag mal so, wenn ich abschmiere, geht's noch. Niklas macht einen größeren Abgang. So, und was haben wir uns natürlich überlegt? Wir sind einfach mal ganz krass und legen's drauf an und pennen ohne Tarpe. Ja, ist voll geiles Wetter. Einfach mal wirklich unter freiem Himmel. Weil zur Not können wir immer noch hier in diesen Überhang rein, wenn's heute Nacht richtig anfangen sollte zu schiffen. Ja, und jetzt beide eine Dose Baked Beans rein, kalt. Und dann wird die pennt. So, Schlafsack haben wir hier noch am Start. Ein paar Snacktomaten, Kochtopf, der natürlich auch gefüllt ist. Hier noch ein Baguette von gestern. Bisschen was zu trinken, Baked Bean. Und, das hab ich gesucht, mein Undercilt. Den kann ich nämlich gleich schon mal drunter basteln. Moskitonetz werde ich einfach drin lassen, weil ist ja aktuell noch kein Viehzeug da. Also schon mal den Schlaftag rein. Oder im Dreck. Nice. Boah. Das ist ein Scheiße hier. Falschrum. Oh. Heute ist mein Tag hier. Aha, aha, aha. So, das hat sich jetzt hier verknotet oder was? Verdreht. So. Dein Bein ist verdreht. Dein Knie ist verdreht. So, bisschen auf Spannung bringen das Ganze hier. Es ist immer so, uh, hält das, hält das? Jedes Mal reinsetzen. Das ist alles ein bisschen schwierig heute bei dem Übernachtungsevent hier. Ich hab mir halt noch überhaupt nie überlegt, was meine Taktik ist, weil ich fallen sollte. Im Falle des Falles. Im Falle des Falles. Ist das Fallen alles. Ist das Fallen alles. Im Falle des Falles ist richtig Fallen alles. Hahaha. Was macht ihr da hinten, ihr Dullis? Dir nix zu tun? Geht mal arbeiten. Nicht schlafen, schlafen hier. Auch mal rausgehen, auch mal selber was machen. Ich hab irgendwie Lust die Zuschauer abzuwerfen, aber ich treff sie nicht. Gleich mit dem Stein sollte ich nicht werfen. Mit ein Stück Kohle. Lassen wir's. Ja, ich bin froh, dass das hält. Sag's nicht so laut. So, das Tart brauchen wir dann erstmal nicht. Die Säge brauchen wir auf jeden Fall nachher noch. Das Feuerholz. So, das packen wir mal hier unten rein. Was haben wir hier noch so mit? Die Buschbox. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wasser. Wasser brauchen wir auch. Jetzt haben wir hinten noch schönes drin. Hygienekit brauchen wir erst später. Ein bisschen Parkortlöffel. Das ist immer wichtig zum Schnabulieren. Deckelfach war der gestern. So, Seitentaschen. Was haben wir hier noch? Äh. Klar. Becher für'n Tee. Das gute Mora-Messer. Meine Schlafsacksocken. Na. Die legen wir schon mal zur Hängematte. Noch ein T-Shirt, das brauchen wir jetzt nicht. Und hier ist das erste Hilfeset drin. Das brauchen wir jetzt auch noch nicht. Na, Ordnung muss sein. Man muss auch ein bisschen aufräumen hier. So, Niklas hat wieder seine komischen Fische hier mit. Aus Laos. Haben die alle gesnackt. Findest du gut? Du musst mit dem Meer nehmen. Jetzt wird's richtig ekelhaft. Hä? Wie? Das schmeckt einfach nur noch ein bisschen Gewürz. Ne. Beschreib mir den Geschmack. Schmeckt so nach Glutamat-China. Ja. Ja. Großartig. Ekelhaft, Alter. Ne. Ne. Äh. Hätte ich eigentlich die Scheiße gestern schon nicht gefressen. Schmeckt wie, als würde man Trockenfleisch mit Yum Yum machen. Wo wollen wir das machen? Hier so? Oder eher hier unten so? Naja. Man sollte uns überlegen. Ja. Warum so weit unten? Weiß nicht. Deswegen frag ich ja. Ich krieg nämlich schon wieder Hunger. Zunderbox ist wieder am Start. So, jetzt First Tribe. Scheiße. Second Tribe. Wich ist immer Feuer ersticken. Das kämpft sich durch hier. Was mach ich denn nicht durch? Ich steck's hier wirklich. Gleich ist das Ding ja ein flammendes Entferno. Boah, was geht los? Oh, damit kann man doch arbeiten hier. Ich schnitz uns mal einen Rührstab. So, dann holen wir jetzt mal unser schönes Häppchen hier. Freigefüllt mit tollen Zutaten. Also, wir haben hier wieder eine kleine Mische vorbereitet. Niklas, was hast du diesmal drin? Zwiebeln? Knoblauch? Zwiebeln, Knoblauch, Hackfleischwürzer, Veggiewürzer, Pfeffer, Paprika, ja ich glaube italienische Kräuter und Öl ein bisschen. Das schön ziehen lassen, bisschen zu Hause vorbereitet. Dann haben wir, was ist das Frühstück morgen? Mettenten, die wir anbrutzeln wollen. Teechen für morgen früh. Zwei Dosen Baked Beans haben wir da noch mit rein. Ein paar Snacktomaten, Brötchen, Kräuterbutter zum dazusnacken. Das heißt erstmal die Mettenten schneiden, richtig? Genau, die müssen wir noch schneiden, der Rest ist ja quasi fertig. Wie machen wir die? Scheiben oder vierteln? Scheiben oder vierteln, ja, das ist die Frage. Vierteln, sondern halbieren und dann? Weniger Arbeit. So. Boah, das duftet schon richtig krass. Seht ihr das? Ja, das ist, das riecht, das riecht nach Zwiebeln. So, Zwiebeln, Knoblauch, Öl, einfach Gönnung. So, und das hauen wir jetzt hier einfach drauf. So ist der Plan. Das gut geht, weiß ich noch nicht. Wir sind keine Kochprofis. Bommel ist leider nicht mehr dabei. Wir sind das, was rauskommt, wenn Bommel keine Zeit hat. Ja. Wir sind eigentlich nur so ein bisschen Anbrater und zusammen Geschmeißer. Der Kochlöffel ist absolut exquisit. Ja. Dafür gibts dir schon mal ein fettes Like in die Kommentare. Ja, lass dich schön krossbraten da, die Dinger. So, ehe war das vergessen. Hier ist gerade so ein leichter Sonnenuntergang. Sieht ja echt ein bisschen geiler aus als jetzt hier auf dem Bild. Das ist eigentlich schön orange oben der Himmel. Und wir lassen es uns hier einfach gut gehen. Bisschen was Geiles, Einfaches zu essen. Bisschen brutzeln. Kleinen Snack danach noch. Schöner Spot zum übernachten. Leute, glaubt mir. Einfach mal rausgehen, bisschen Zeug einpacken. Sei es ein Wochenende, sei es eine Übernachtung. Das ist einfach herrlich. Ja, ich glaub das muss so. Sieht gut aus. Das Wurstwasser muss man natürlich mitnehmen. Weil da ist Geschmack drin. Vor allem die Mettenten, die riechen an sich schon richtig geil. Ich bin ja Feuerbeauftragter, das sieht gut aus. Ja, schön den Magen vollschlagen und dann noch einen kleinen Schlafguttee. Auf jeden. Und dann geht's auch ab ins Bett. In der Hängematte. In der Hoffnung, dass es nicht regnet. So, wichtig ist auch, dass man Heinz Beans nimmt. Weil es ist eine Survival-Situation und jeder, der schon mal DayZ oder so gespielt hat, der weiß, dass es immer nur diese Dosen sind, die übrig bleiben bei der Apokalypse. DayZ, oder? DayZ? Ja, jeder andere spricht das anders aus. Also, wir überleben hier hart am Limit, wie ihr seht. Wir haben tausend Zombies getötet, um an die Dosen zu kommen. Das ist schon wieder ultra viel. Und die haben überlegt, ob wir drei Dosen nehmen. Boah, Magenschmerzen sind schon vorprogrammiert, ey. Bei der Anzahl von Bohnen können wir froh sein, dass wir hier freischwingend liegen und eventuelle Körpergase direkt nach oben ziehen können. Und das Ozu noch erweitern, damit wir mehr Sonne kriegen. So, Essen ist fertig. Kräuterbutter, bisschen Baguette noch. Da sind noch ein paar Brötchen. Und jetzt lassen wir es uns gut schmecken. Ich bin dann überlegen, ob ich meins noch ein bisschen kross anbrutze hier. Von der Flamme geküsst. Herrlich, Leute. Da muss ich sein Essen auch ein bisschen verdienen. Da muss man auch ein bisschen was für tun. Was sagt ihr? Kann man noch essen, oder? Ist ein bisschen dolle krebsig. Ja, so, komm. Kräuterbutter. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Packung ist ein bisschen blöd, weil du gar nicht alles rauskriegst. Wichtig ist, ihr braucht immer saubere Hände, ja, zum Essen. Ist geil. Also noch ein bisschen Baked Beans mit Mettenden. Aber klar, ein bisschen der Wasserkirche rein. Ein bisschen schärfer für den zweiten Abgang. So, das Feuer brennt. Ein paar Kerzen erhellen. Unseren kleinen Felsvorsprung. Wir haben schön gegessen. Hier seht ihr noch mal den Himmel, der noch schön bläulich hochstrahlt. Aber bald wird es ja auch stockenfinster. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Ein bisschen nachher noch einen kleinen Teechen kochen. Ein bisschen Feuer machen. Ein bisschen quatschen. Einfach auch die Zeit mal genießen. So, die Schlafplätze sind bezogen. Sieht ganz nett aus. Ja, schön. Schlafsack, Hängematte. Wie gesagt, ohne Tarp. Wir gucken mal, ob es heute Nacht trocken bleibt oder nicht. Niklas hat seinen Schlafplatz auch bezogen da drüben. Hängt ein bisschen mehr vorm Abgrund, aber... Ein bisschen mehr, Alter. Hier geht es richtig runter. Ja. Ich habe hier meinen Teppich zum Einsteigen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch schon mal eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen. Ja. 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 kalte Zwiebeln mit Bohnen zum Frühstück reinzieht. Da haben wir noch eine Beere, eine Cranberry. Da wird man unsterblich, wenn man das macht. Ja, du wirst echt unsterblich. Zweiter wichtigster Punkt am Morgen, die Bartpflege muss wieder hergestellt werden. Denn es könnte ruhig sein, dass über Nacht sich der Bart zu einer riesen Dreadlock verformt hat, die jetzt wieder bekämpft werden muss. So, Porridge. Dann isst du erst mal. Junge, ich bin ja erst mit Kaffee überfordert. Alter, Niklas ist vollkommen überfordert. Essen, Kaffee. Ich wollte gerade Kaffee machen. Na, macht doch keinen Stress, macht doch keinen Stress. Ja, kann man essen? Mhm, Apfel, Zimt. Oh, jetzt ist hier natürlich gleichzeitig der Kaffee fertig da oben. Weißt du, das ist nämlich mein Struggle, Alter. Ja, das ist völlig überfordert. Der Struggle is real. Ja, das ist ja nicht so einfach draußen. Teilweise geht es ja hier ums nackte Überleben, wie ihr seht. Wie zu einer Großküche, da musst du alles gleichzeitig machen. So, hier nochmal unser verwüsteter Lagerplatz. Wir räumen natürlich gleich alles noch auf, bevor wir gehen. Unsere Hängematten. Hier, es hat wirklich tatsächlich gehalten. Wie gesagt, hier haben wir das rüber gespannt. Hat sich ein bisschen gedehnt, der Baum. Dort hinten hat auch alles gehalten. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, hier hinten, seht ihr schon, brennt es aus. Denn da ist die Sonne. Geil wäre natürlich, wenn die wirklich frühs direkt hier rumgekommen wäre. Aber man kann nicht alles haben. Deswegen werde ich jetzt mal drei Schritte zur Sonne hingehen. The sun is shining. Guckt euch das an. Das einzige Problem ist, dass es hier auch richtig krass windig ist. So, und es wird wieder Zeit für noch ein paar schöne Cranberries. Mit meinen dreckigen Händen. Das Pflaster sieht ziemlich keimig aus. Das Pflaster ist, findest du, dass es keimig ist? Und das Pflaster sieht sehr hygienisch aus. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Appetit. So, Deli. Alles wieder aufgeräumt. Rucksäcke sind gepackt. Keine Hängematten sind mehr da. Und für uns heißt es jetzt wieder zurück in die Zivilisation. Ordentlich duschen, denn ist alles ein bisschen dreckig.